Gut. Okidoki... Naja... Einfach wieder zurück, oder? Denn was ich ja eigentlich wollte ist... diese... Zugstrecke aktivieren, ne? Achso, muss ich noch eins tiefer. Und dazu muss ich den Strom anschalten, das hab ich jetzt gemacht, genau. Jetzt muss ich zum Control rum, und dann kann ich hier... Boah! Diese kleinen sind echt... Jetzt sind... Ah, da ist noch... Guck mal, hier kann man noch... Oh... Wie war's nicht... Ah... Wissen was gibt neben ihm... Er lebt noch... Und da kann ich mich aufladen, auch schön... Hm... Zumindest ein Stück weit... Ich werde es nie machen... Du gehst lieber ohne mich... Tja, wenn du was sagst... Das Ganze bringt mir noch nichts, denn... Ich muss jetzt erst mal... Mal... So, nochmal absichern... Nicht, dass da nochmal jemand rumrennt... Hier... Naja... Jetzt muss ich erst mal den... Oh! Oh! Das ist ein hübsches... Okay, das geht von der Seite rum... Was haben wir hier? Ohoho! Oh yes! Ohoho! 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 Ohohoho! 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 Ok, jetzt dürfte die Strecke Strom haben... Das heißt, jetzt sollte ich da möglichst nicht mehr drauf... Steigen... Sonst kriege ich wahrscheinlich einen Stromschlag... Soooo... Jetzt muss man das Ding drehen... Und dann kann man losfahren... Ah, das geht nicht... Schade... Abgedacht, es geht... Aber so halt dann nicht so... Dreh das Ding... Gut... Und dann... Kann es losgehen... Epp... Sooo... Speicheln und Übel nehmen... Ein neuer Safer... Ein neuer Safer... Sooo... Aber lieber etwas langsamer... Und die Kurven, Herr Wendt? Guten Tag! Ich weiß nicht genau, wo es genau ist, und der alte Mann war so Angst, dass er hier leben ist, dass er mir nicht erzählt hat. Das Hauptsache ist, das Militär abortiert den Launch. Also, wenn du den Roket findest, musst du in die Kontrollruppe und es selbst launchen. Er sagte etwas über eine Lambda-Team, die die Satellite in Orbit brauchen, wenn sie diese Müll abziehen würden. Haha. Genau. Haha. So. Erstmal aufräumen. Dann kannst du losgehen. Äh, würdest du mal bitte freundlicherweise aus dem Weg gehen? Du! Du bist gleich glatt, wenn du jetzt hier nicht weggehst. Pfff. Na also, geht doch. Na super! Und auch alles im Wasser! Heiß! Tja, das heißt, was heißt das? Das heißt, dass ich jetzt ein Problem habe. Ich darf nicht aussteigen. Okay, dann schauen wir mal, wo es lang geht. Ich würde ja da gerne hinlaufen. Das Problem ist nur, dann werde ich gebrutzelt von dem Strom. Irgendwelche Brücken. Okay, jetzt mal aus dem Wasser raus. Das ist gut. Freige Rat. Okay, damit wir hier wiederholen. Hm. 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 Energieunterstützung. Bewahrungsaktiviert. 100%. 100%! Also, gucken wir mal, was jetzt zu ihm geht. Er geht jetzt weiter hoch. Ähm. Ob man die Schiene da rüberschieben kann, dann irgendwie da, was hier, in einen Wartungsbereich kommt. Oder so. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ah. Revolterposition. So, erst wieder auf die andere Seite rüber. Immer schön die Stromschiene vermeiden. Na. Du bist zu lang nicht mehr gezockt. Was zum... Jeee. Grafik-Fick. Na, egal. Na, egal. Na, egal. Ja, egal. Ja. Oder. Jetzt geht. Aha! Gut. Äh, ja, gucken wir mal an. Bitte. Oh, da ist er. Sau-Sack! Ah, daneben. Mal gucken, da komm ich bestimmt irgendwie oben hin. Okay, ja gut, aber dazu muss ich erstmal dieses Ding hier weiter, weg, weg fahren, dass ich da weiterkomme dann. Also muss ich da hoch, tatsächlich. Machen wir das. Ich muss hier erstmal im Kreis fahren. Okay. 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 Ah, super. Boah. Heideblitze. Wie war das nochmal mit, äh, nachladen? Ah, ich glaub hier, ne? Ja, genau. Ah, da bin ich, ach, da bin ich vorhin lang gefahren. Ah, ah. Nice. Jetzt pass mal auf. Ähm, fahr mal jetzt. Aua, nicht auf die Stromschiene. Ach. Schneichzapfen. Okay, da geht's erstmal nach rechts, da will ich auch hin. Lalalalalalalala. So. Und jetzt gehen wir hier mal weiter. So. Gut. Ja, ja, ja. Hm, was geht's da weiter? Oh, rocket. Ach ja, richtig. Arsch. Wie tief. Oh, wie tief. Oh, wie tief. Okay. Ich hab's echt zu lange nicht mehr gezockt, ey. Ewigkeiten her. Jetzt muss ich hier weiterzocken. Jetzt muss ich echt gucken, dass ich hier ein bisschen vorsichtiger wieder vorgehe. Come, p-p-p... Ja, aber wie viele sind denn das? Uah! Uah, ey, das wollte ich mal mehr. Ah! So, jetzt haben wir sie. Okay, da ist die Rakete. Die brauche ich. Okay. Treibstoff und Sauerstoff, ne? Ach. So, wo geht's da hin? Wahrscheinlich zu einer Rakete hoch, ne? Aha. Glaubst du? So. Ruhe im Karton. Aha. Ah. Mas malher, da weg, mas da um. Oh. 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 Da ist da noch jemanden. Da ist da noch jemanden, das hat doch noch jemanden. Okay, einfach nur so spaßhalber sollte man da glaube ich mal eine... Hat wohl was gebracht. Da war wohl einer. Okay. Okay. Hahahaha. Edge badge. Machen wir es aber da. Ah, nice. Das ist Sprengstoff. Okay, nochmal Granate nehmen. Okay, da geht nichts mehr. Na dann, also hier ist dann Ende Gelände. Da war mal alles soweit schon. Ein Faktor, der wird nicht mehr. Die sind nicht mehr. Das ist ein Faktor. Der ist ein Faktor. Die sind nicht mehr. Die sind nicht mehr. Da kam was von der Decke runtergefallen. Was war das? Aha, pass mal auf. Nehmen wir mal Magnum. Aha, geil. Ein Schuss in das Blatt. Fett. Oh yeah. Gut, fahren wir weiter. Schön langsam. Wurde vom Alien-Platt gemacht, ne? Willen wir mal, ob man da rüberkommt, ne? Willkommen. Ah, nice. Was geht hier? Da kann ich nur runter... Hm, interessiert nicht. Langsam. Okay. Und der nächste bitte. Gut. Schauen wir mal, was in den Kisten ist. Jetzt auf 90. Ein bisschen Energie und... Aha. Ähm. Brauchen wir nicht. Granate. Haben wir noch voll. Gut. Schön langsam um die Kurve. Ah, das ist die Kreuzung, wo ich vorhin schon war. Bin ich von da gekommen bin, bin nach da gefahren. Schön langsam. Mal leise sein, horchen. Ah, wie geil. Da ist eine. Ah, wie geil. Platz. Okay. Okay. Hm, hm. Okay. Wo ist denn der? okay, da haben wir Granaten irgendwo ist da noch diese das Autogeschitz ich mache schon mal Granate da liegen nämlich welche so, können wir gleich wieder auffrischen gut so ganz schön langsam leise ah, ah, ah guck mal das ist genau super jetzt kann ich hier nämlich das Ding aus dem Weg fahren ah, nice, jetzt guck ich weiter gut also ne wo sind denn die hinterhin so so Okay, da war nichts, also nichts Dramatisches, da war ich schon. Jetzt will ich wieder auf den Ursprüngen steuern, aber da war ich ja schon, da ist ja Schluss, da geht ja nichts weiter, ah ne, ah, hier geht's weiter. Schau mal später, jetzt fahren wir einmal noch mal im Kreis, gucken ob wir noch irgendwas verpasst haben. Dann fahren wir mal direkt hier lang. Das ist nämlich original, ah, okay, da ist nix. Da bin ich hochgekommen. Okay, da waren wir auch, da ist ja auch nix. Okay, da sind wir hier durch. Dann können wir ducken. Dann können wir... Da lang. Dann können wir... Untertitelung des ZDF, 2020